Wie sprecht ihr Teich aus? Schreibst du mal in die Kommentare? Ja, schreiben wir mal an, da man hier Teich sagt. Ja. Hallo, willkommen zurück zu TTT. Gartenteich. Hallo, ich hab meine Aufnahme auch gestartet, hallo. Hallo. Hockey, sag mal Teich. Welch realistische Möp. Das machen wir richtig dran. Warte, hast du gerade... Ich hab keine Waffe gefunden. Alter, Dete. Alter, Dete. Ja, Regi. Hallo. Foli nicht gemutet, Maeve nicht gemutet, Firebrow nicht gemutet. Guckt sie euch an. Aua, warum schießt du an mich? Ich wollte dich nur bloßstellen, Maeve. Ich wollte dich nur einfach kurz bloßstellen. Wenn man Zombe sagt... Ich hab einfach die Schnauze gehalten, so wie es sich gehört, wenn man nicht gemutet hat. Komm, wir gehen hin. Weil ich weiß, dass du Trailer bist, also komm. Da sind Pulli's... Ach doch. Pass auf. Ich glaub, das ist das erste Mal, dass wir hier Proximity-Chats spielen, oder? Und ich bin kein... Was macht die Rattie hier? Ich hab mitgehört, übrigens. Du kommst aus dem Nicht-Zu. Nein! Von oben? Von oben Schüsse? Pass auf, Moni. Du bist Trailer, warum soll ich dir helfen? Ich bin nicht Trailer. Er ist nicht Trailer. Ich hab's einfach nur random gesagt. Ach so. Ich hab einfach nur random gesagt, er ist Trailer. Da! Na, hier ist der Trailer-Falle. Fick dich. So. Selber schuld. Da seid wir jetzt von Team Warner. Moment. Team Warner. Ich glaube, ich kann nicht schießen. Schon ist es auch. Okay. Team Warner ist es übrigens. Team Warner ist es! Nein, nachladen, nachladen! Lass das aber jetzt mal... Team Warner ist es sehr gut. Und was war Moni? Hm, Sean ist noch der letzte Trailer. Ach so, der war unschuldig. Ja, okay, das tut mir dann leid. Hat mir irgendwie ein bisschen shady gemirkt. Fahrt durch den Tunnel. Arschloch. Okay, und wo ist... Was fragst du? Wir hatten gar nicht cute. Wer lebt denn jetzt alles noch? No. Also, wir sind auf jeden Fall erst mal safe. Ja, Mann. Wir sind immer mehr leicht und so langsam... Ich hab wirklich nur... Ich hab gesehen, dass die alle hier irgendwann mal unten waren. Auch Pulli und so. Oh mein Gott, das ist halt immer weniger. Ja. Okay, warte. Sean, du oder Zombie? Hm, hier liegt... Ich glaub, es ist Sean. Ich sag, 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 es ist Sean. Nee, 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 nee. Ich weiß, ich weiß, aber kill mich mal noch nicht. Lass erst mal zu Sean gehen und dann... Nee, ich mein, du hast auch Timo gekillt. Der war Traitor, von dem her. Ich check das schon. Aber, weißt du, wir laufen so rum, es kommen so immer mehr Leichen. Es sind immer weniger Leute, wie sein... Hey, hey, wait, 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 wait. Wow! Wow, was? Sean, Alter! Ich hab übern Haufen gemäht. Hockey und Gaitano waren solche Arschlöcher, diese Runde. Kurzer Prozess. Kein Wunder, dass die einfach so gestorben sind. Wieso Vollidioten? Wieso Vollidioten? Sean, wie hast du sie einfach übern Haufen gemäht? Ich hab die richtig weggebrannt. Ich wollte auch Timo nicht erschießen. Ja, also wirklich sehr respektabler Kill. Er ist hier weg. Es sucht niemanden Schrauben. Weg, geht kurz raus. Es ist hier weg. Er war auf. Jetzt hätte es ruhig mit dem... Einen Schrägter-Kollegen. Hallo. Ja, ich bin da schon ein paar Mal gestorben. Ich geh auch raus. Nice one. John ist gestorben. Danke. Oh, nein. Oh, oh, oh. Nein. Ja, jetzt geh durch. Jetzt geh durch. Jetzt geh durch. Das war eng. Sehr gut. Warte. Hier drüber. Schieß, 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 schieß. Schieß. Rüber. Oh nein. Oh, ich hab... Hockey ist da unten. Oh, Mr. Tadeus hat er oben. Timo, Timo. Timo. Komm mit. Der ist da unten. Oh, Mr. Tadeus. Oh, Mr. Tadeus. Alter. Haben wir ihn wirklich... Hockey, Alter. Das kann nicht sein. Wie ist er da runtergekommen? Niemand wusste, dass du da bist, Hockey, und du hattest trotzdem so eine schwere Zeit. Das war ja unten. Ja, das war immer wieder oben, Hockey. Das ist einfach rumgebrannt. Da kam alles. Da kamen die Sardellen, die Bienen. Und. Ich stand unten. Ich hab nur gehört, dass oben alles die Welt untergeht. Sogar der Torrid kam noch nach unten. Man kann da einfach runter springen. Das ist so geil gewesen. Ja, man kann da runterlaufen. Oh, lol. Du kannst nicht von Balkon zu Balkon so runter sneaken. Die Traitor sind hier aber aggressiv auf der Seite. Das ist das, was ich da verschissen habe. Ich muss mir jetzt die Map mal angucken. Guten Rutsch. Dankeschön. Werte der Shop sein? Ähm, ne, diesmal nicht. Es war einfach nur, ähm... Ach, so, das meinst du? Ja. Ja, viel Spaß. Geht ihr jetzt alle diesen Weg? Ey, was geht? Wie kommt man da runter? Du bist nicht gemutet, Rekki. Wie kommt man da runter? Oh, Maeve, 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 Maeve. Was geht? Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Nein, nicht, nicht. Oh, wie leid. Oh mein Gott. Ich hatte gerade so Angst. Ich auch. Probier du mal. Nein, Maeve, vertrau mir, bitte. Man hört dich übrigens nicht, falls du gerade redest. Äh, hä? Wie hast du das gemacht? Ich rede nicht. Ich bin sehr angespannt gerade. Okay. Nee, ich, ich, ich schwöre, ich gehe dich nicht. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre, ich gehe dich nicht. Ich schwöre, ich, ich gehe dich nicht. Ich schwöre, ich gehe dich nicht. Ja, okay, dann halt nicht. Wir hätten einen zweiten Tactus haben können, weißt du? Oh. Was bist du denn? Ich komme ja nicht mehr in den Tactus. Ich komme ja nicht mehr in den Tactus. Ich bin kein Trader. Ich bin kein Trader. Timo wollte mich fragen, ob ich Trader bin. Nee, ich bin kein Trader. Ich mache auch mit. Frage, Frage, Frage. Hat wer von euch eine spannende Runde? Nö. Habt ihr keine coolen Runden? Nee. Wollen wir einfach Sean töten? Nee. Die Bullen kommen, die Bullen kommen, die Bullen kommen. Die Bullen kommen. Sch, sch, sch. Okay, okay. Warte, warte. Warum hat keiner McDonalds untersucht? Warte, ich tue meine Waffen weg. Keine Sorge, warte. Du wirst gleich verstehen. Du wirst gleich verstehen, bitte. Nein, 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 nein. Maeve, bitte. Ich schwöre. Du klaust mir die Rolle nicht. Nehmen wir eine Waffe? Bessere? Nee, die ist auch scheiße. Sind ja nur Kackwaffen. Gutes Fußball? Wollen wir die auch eben? Ja. Sagen wir mal gute Waffen. Die MP5 ist auch Schwanz. Schrotflinte. Die gute, alte Schrotflinte. Da. Das ist die Schrotflinte, die ich so liebe. Alter. Was ist das? Ich habe nichts verloren. Also, ne, ich war nicht Team Innocent. Ich habe gar nichts verloren. Ah, das ist doch gut. Amnesist ist ein eigenes Team. Amnesty sind beide Proofman. Boah! Beide Proofman. Fuck, gegen Riki. Riki ist weggeflogen. Weil der Blocker blockt mir. Nee. Nee, der Blocker ist noch im Spiel. Ach, Mann. Ich könnte nicht alles. Ich müsste auf das Fass schießen. Also, Timo. Wir sind ziemlich safe. Nee, wir werden schossen. Die kommen ja hier umgebracht. Äh, Volli. Was? Nein, ich habe auch gerade so gebrochen. Ich habe nicht drauf geschossen. Ich habe nicht drauf geschossen. Jungs. Timo hat mir die Rolle geklaut. Ich war innocent, er ist innocent. Ich habe Sean erschossen und wurde innocent. Das heißt, wir drei, wir sind safe. Wer von den beiden ist der Traitor? Ja, weiter. Voll gemein. Voll gemein. Aber das ist auch ein Blocker. Ey, Volli. Ey, Volli. Mein Kopf. Ich fasse es nicht. Volli, du warst Traitor. Ja, du schweig. Ja, du auch. Ich bin irgendwie mal alleine, wenn ich Traitor bin. Ach, Mann. Wo sind meine Mitch-Traitor? Welche war wir denn? Wir haben nicht random killt. Das hast du gesehen. Warum standest du an dem Explosionsfass? Ich war so wegzugehen, aber Volli hat einen schnelleren Finger, als er Ja sagen kann. Naja, ich habe drauf geschossen. Es tut mir leid. Typischer Random Killer-Fulli. Ja, 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 ja. Schreibt jetzt alle in die Kommentare, wie sehr ihr Volli hasst eigentlich. Ich habe mich auch gar nicht gefokust. Sie haben nur das Fass angeschossen. Diesmal gehe ich weg. Ich gehe diesmal weg von den Fässern. Die können mich diesmal im Arsch lecken. So ein Schlitz. Du studierst Linguistik, oder, Hockey? Ich bin schon. Du studierst ein bisschen Linguistik? Hier ist es doch noch für dich nicht. Deutschlehrer werden in Zukunft. Der Rickstar. Was machen wir diese Runde, Ricky? Weiß ich noch nicht. Wie wär's? Bist du Traitor? Hast du Waffen? Ja, ja. Okay. Du bist jetzt hier, wo die uns alle sehen. Ach, Quatsch. Ich bin sogar gar nicht. Warum sagst du das? Okay. Mit Doppel-I. No joke, no joke. Das ist so. Oh mein Gott, Hockey, Alter. Was denn? Hinten werden alle Leute gerade abgeschafft. So wie du. Wo? Schieß doch mit! Ja, er ist tot. Wie er noch im Nachhinein so geschrien hat. Puh, was ein Headshot. Gertano, welche Farbe hat deine Rolle? Ich hatte, ich hatte den... Ich werde nur noch ernst antworten, weil wenn man irgendeine scherzhafte Antwort macht, wird man ja immer gekillt. Grün, grün. Okay, dann kenne ich dich. Spaß. Spaß. Okay, ich kenne dich. Spaß. Was ist die Detective-ABP? Ich kenne den Header. Spaß. Header. Header hat so ein geiles Problem. Hier wird 2018 angerufen. Ja, komm. Kennt ihr so Webseiten mit... Warum hast du das gemacht? Wer hat Schorn gerade umgebracht? Niemand, der ist runtergefallen, weil er dumm ist. Okay. Das war viel zu Saske, Alter. Das war wirklich der Fall. Hättest du besser blau gesagt. Wer hat den gerade umgebracht? Hättest du halt alle zweimal erschießen. Warte, wer hat das... Warum hast du das gemacht? Als ob wir gerade nochmal die Chance hatten für die Redemption. Und wir haben wieder verkackt. Das gleiche Team. Aber waren das für die selben? Warst du wieder, Ricky? Was hast du gemacht? Wo warst du? Ich hab da hinten die... Wer hat uns Waffen gegeben? Ich hab Morgi und... Dann hast du uns erschossen. Ich hab Morgi und... Wir waren eigentlich auf deiner Seite. Aber okay, schon. Ich hab extra welche auf unserer Seite geholt. Ich wünschte, Ricky wäre auf meiner Seite gewesen. Ich war auf meiner Seite. Auf deiner Seite. Ja, er war nur tot. Ja. Wom, wieder Detektiv. Let's go. Ja, Detektiv. Ja, Detektiv. Du hast fast... Fast schießend verschwunden. Alle Positionen an alle einer Kugel um diesen... Was? Geht's Ihnen gut, Detektiv? Detektiv? Hm. Verst du's? Versuch's. Nein! Rikki ist runtergefallen. Er wollte diesen Balkon-Trick machen und ist runtergefallen. Schau mal. Schau mal, hier in dieser Ecke liegt er. Wow. Ja. Ganz kurz aus dem Weg. Danke. Ja, ja. Es sind nicht meine Runden heute. Es sind nicht meine Runden heute. Wäre nice, wenn du da auch nicht... Ja, okay. Ja, das war Timo, oder? Das war Timo. Digga. Hallo, Johnny. Ich bin auch tot. Hi, Timo. Hallo, ich bin auch tot. Hey, Johnny, Zuschauer, schreib mal Brille in die Kommis. Ja, schreib mal Brille in die Kommis. Vorsicht. 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 Okay, Johnny, ernsthaft mute dich doch, bitte. Fahrrad. Und? Oh, du hast das Fahrrad überlebt. Was? Ich wollte da selber eine Sharktrap legen. Das war vielleicht... Warum hat das Fahrrad nicht getötet? Du hast das Fahrrad voll ins Gesicht? Ja, aber du hast volles Leben und das Fahrrad abbekommen. Nee, bei uns nicht. Ach so, okay. Das Fahrrad... Ja. Ah, okay. Letzte Runde. Nein, war ein Spaß, war ein Spaß, war ein Spaß. Ich wollte nur alle durcheinander bringen. Hast du... LOL, hab ich mal kurz getrollt. XT. Ich bin nur verwirrt gerade. XT. LOL. Vicky hat mich echt anbekommen. Ich will, ich will, ich will. Ich, ich will, ich will. Wo ist er denn? Ich bin Detective. Boah, das ist so viel schwerer hier hochzukommen. Timo! Timo! Hä? Was geht? Wir sind beide Detis. Ich war undecided. Wie hast du das gemacht? Ich war undecided. Ich bin Hansch. Ich sehe, wenn jemand stirbt. Alter, wir sind unter und unter eigentlich. Ich wusste, du hast das vor, Hocky. Ich wusste, Hocky wollte mich ertot, während ich da noch drinnen bin. Du wolltest mich umbringen, Hocky. Ich wollte die Fässer kaputt machen. Ich war undecided. Ja, wir sind zwei Sheriff in Town jetzt. Guck dir mal an, wie gefährlich da oben Fully aus dem Fenster guckt. Siehst du das da hinten? Da hinten wird geschossen. Da hinten wird geschossen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hab ich gesagt. Wer schießt? Okay, Johnny. Johnny, lass Johnny umbringen. Ja, lass Johnny. Lass Johnny gelassen. Hä? Können wir kurz Gethano töten? Gethano ist tot. Untersuch ihn, untersuch ihn. Ja, okay. Okay, easy. Johnny ist damit safe. Wenn du plötzlich so diesen Blutdurst hat, ich weiß auch nicht. Das wird komisch. Detektiv. Timo, komm. Ich habe eine Idee. Du bist selbst. Komm mit. Irgendwer fehlt hier. Irgendwer fehlt hier. Ja, komm mit. Wir verstecken uns jetzt. Zombie ist, glaube ich, nicht hier und Moggy. Ja, das macht mir Angst. Das geht ausgerechnet die beiden natürlich auch nicht da sind. Oh. Ich habe nicht gesehen, wer gestorben ist, aber er ist da hinten gestorben, da drinnen. Da hinten. Da, da. Da, wo Maeve rauskommt. Da, wo Maeve. Hä? Ich habe mich überrascht. Ich war Hansch. Ich war Hansch. Wegen meiner Waffe. Das ist diese UMP vom Detektiv. Hier habe ich einfach selbst so überrascht. Ich bin so, ich bin einfach so. Wee. Wow. Warum, 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 warum. Hör auf damit. Wie, warum, warum. Meine Mama hat mir einfach erlaubt, Cola zu trinken. Wie, wie, wie cool ist das bitte? Ich fand es sehr cool, oder nicht? Ganz ehrlich sagen. Fandst du es nicht cool, dass er Cola trinken darf? Nicht töten. Nicht töten. Ich freue mich für ihn. Ich meine, wenn du Trader bist, du willst... Im Haus jumpen? Guten Tag. Oh, jetzt sind ein paar lustige Leute hier. Nee, wir sind nicht lustig. Ich, ich habe schon einen Plan. Scheinbar. Hier oben gibt es eine kleine geheimen Klappe und Maeve. Ich weiß ja, wer sich zuerst setzt. Wir sind Jump'n' Run, Mast. Der Esel. Dann kannst du da in die Klappe reingehen. Nee, der Esel nennt sich immer zuletzt. War ja klar, dass Tom Summers beim ersten Mal direkt schafft. Ey, wie kann man so ein Gamer-Gott sein, ne? Nein! Aua. Also so in 20 Minuten sind wir dann auch da, ja? Ja, ja. Ich kann eine Klappe nach unten noch öffnen, glaube ich. Oder muss man die aufhauen? Oh, aufhauen. Ich versuche es nicht weiter. Ich suche noch eine Waffe. Ich habe nur die Winchester und damit kann ich nicht spielen. Die Erde ergibt sich. Oh, auf dem Fensterrahmen. Was ein Move. Hallo. Was ist jetzt hier? Oh, ja, das ist ein kleiner, 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 kleiner Geheimer. Hallo. Achso, ja, vielleicht kommt Ricky noch her. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber hier fang auch runter. Schaffst du das, Ricky? Ich glaube an dich. Äh, ja, muss man aber auch fahren. Ja, genau. Oh. Jetzt machst du mich nervös, wenn du zuguckst. Guck weg. Du musst ein bisschen, äh, duck jumpen. Wie der Ente. Oh. Oh. Es geht. Oh. Was war das, Zombie? Nee, ich wollte es fast treffen, aber habe ich nicht. Nee, aber einfach erschießen es dann. Wenn der Ricky erschossen hat. Nee, ihm nicht, die mich töten. Er hätte es runtergebrochen. Der Ricky lebt ja noch. Ich lebe ja noch. Ja, ja, alle leben. Warte, erleben kann man das ja nicht mehr nennen. Ricky? Ja. Hallo, pack dein Müll nicht bei mich oben rein. Wir sind hier beschäftigt. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ihr macht es schon. Hau rein. Ricky, kannst du durch die Wand auf mich schießen? So, bitte nicht töten. Nein. Oh, Gottes Wille, wie viele Kugeln du direkt ballerst. Ich habe vorher das Riegel hätte schon gegeben durch die Wand. Ja, bleh. Ja, gut. Ich habe den Abend kurz gesehen. Habe ich das richtig gedeutet, dass du und Timo jetzt Traitor sind und wir eigentlich schon verloren haben? Habt ihr? Wo ist Moggi hin? Moggi tot? Okay, ich dachte, warte. Scheiße. Nein! Was? Oh mein Gott, warum schießt ihr auf mich? Was ist los mit dem? Hä? Er dreht sich nicht auf mich geschossen. Da drin, da drin, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich glaube, du bist gemutet. Nein, ich bin nicht gemutet. Nicht? Okay. Hier drin, hier drin. Hier ist so viel passiert. Das ist eine geile Runde. Obacht. Hier ist es gefährlich. Ich. Ich auch. Also, ich bin hier gerade erst gekommen, daher kann ich leider bisher nichts sagen. Aber... Über die Füße da raushängen. Gaitano, du musst jetzt entscheiden, wer von uns Traitor ist. Nö, würde ich ungern machen. Ihr müsst euch jetzt schon irgendwie auch fertig machen. Oh, ich bin angepisst. Scheiße. Scheiße. Ich bin auch... Ich bin auch miesster vor euch gerade. Warte mal. Warte mal. Ach, scheiße. Junge, ihr habt einfach nur noch mit ihm gespielt. Dieser Engel. Dieser Engel. Er war aus unserer Beute. So eklig. Ich wusste von Maeve, weil ich ihm im Haus gehört habe, dass Timo und Som-Beal-Traitor sind. Aber ich dachte, Maeve wäre der dritte. Nee. Und er war der eine Innocent. Man hat halt anhand der Situation das war, als ich schon gewusst. Und dann habe ich das auf Wart und dann kommt Shawn rein und... Ja, ich habe ja gesagt, ich erschieß Maeve nicht. Egal, ob ich böse bin. Ich meine, von dem, was ich gehört habe, ist, als wärst du da anders. Du hast mich sogar gewarnt von dem Fass und allem. Ja. Nur mich wolltest du töten. Ja, Ricky war Ricky. Toll. Warum muss ich hier mal Ricky sein? Ricky? Das ist... Kann ich nicht mal mal ein anderes sein? Fragen wir uns alle. Ja. Kann ich einfach mal nicht Ricky sein, das wär schön. Ricky-Runde. 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 Oh Gott. Ich bin still bei dir, Ricky. Ah, super. Da hab ich ja einen Personenschutz. Wir sind Freunde. Ja, na klar, wir sind Personenschutz jetzt. Kein Futter, ja. Egal. Da oben wurde jemand erschossen. Egal, was es ist. Da oben wurde jemand erschossen. Echt jetzt? Ich glaube, ja. Oh, ach so. Also ist Johnny der Traitor? Ich will das damit sagen. Willst du wirklich da auch einfach hochgehen? Höh! Das ist so ein Gacker mit der Ente. Das ist so geil, immer. Das ist so witzig. Das geht ja auch so farme. What the fuck? Guck mal runter. Nee, Ricky wurde von den anderen da oben erschossen. Ja, ich... Warte, warte, warte. Du kennst mich. Ich weiß, ich schieß meine Freunde nicht ab. Ich hab das gesagt. Ich hätte da nicht stehen müssen. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja, Johnny war blocker. Hallo? Ah. Oh, ich schau mal hier auch hinter. Oh ja, schau mal auch hier. Johnny war besser hoch. Johnny ist immun. Äh, und Ricky war. Ja. Äh, nicht. Ich schau mal selber. Pass auf. Warte, warte. Oliver Koch. Ich glaube, jetzt noch jemand. Oliver Koch. Oder? So ein Besowski, ne? Sehr in Farbe, Junge. So ein Besowski. Ich bin schrunkene. Wir können auch ein Bierchen vertragen. Das war so witzig. Das war so witzig. Oh, wow. Hallöchen. Ratze. Hallo Leute, was geht? Ach, du Kacke. Ja. Hast du eine Shotgun? Ja, auch nicht. War das jetzt so? Ja, ich hab halt auch keine Muni, also. Das ist ne doofe Situation jetzt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich klau das nicht. Oh mein Gott. Gutes Team. Alter, das war eine gute Runde. Du, ich fliegst zu Gitano ran. Ich seh den Clown stehen mit der Waffe. Das war so lustig. Ich hab den Sniper. Aber klick, klick. Keine Muni. Du hast aber auch direkt gecheckt, Timo. Ja, normal. Ey, das war so lustig. Maeve läuft jetzt lang. Bad Shrunkener. Bad Shrunkener wird da so abgehört. Er ist so hingefetzt, Alter. Ich hätte mich gern gewusst, was für eine Rolle ich war. Ich hatte keine Chance. Das war ein unfassbar lustiger Waluigi Launcher. Der stand halt einfach da. Ja. Psst, psst. Bist du Traitor? Ja. Ja, bin ich. Wer flüstert hier? Ja, bin ich. Wer flüstert hier? Aua. Hock, ich schieß doch vor uns. Ich hab richtig angeschlossen, mein Traitor ist. Hocky, warum schießt du? Mein Traitor. Der stand unter meinem Schutz. Warte. Haben wir einen Blocker? Wir haben Blocker. Ja, Rikki steht unter meinem Schutz. Ja, genau. Stehe aus einem Schutz, bitch. Ja. Okay, okay, okay. Kann ich anschießen? Kann man machen, was ich will. Ey, ey, ey. Ich kann machen, was ich will. Hä? Tu doch mal dagegen. Stehe aus einem Schutz, Sau. Hä? Rikki ist innocent. Rikki ist innocent. Ja, er soll mal aufhören, mich anzuschießen. Warte mal. Rikki ist innocent. Zombie hat doch gerade einen bestätigt. Und wir haben einen Blocker. war einmal eine blocker er war da eine blocker er war da eine blocker das war voll smart oder da oben da ist doch schon ist es wirklich schon und tibos ist auch die sauf der älteste trick der älteste das war so lustig mit dem pass als ob ich da warum kann ich warum kann ich nicht schießen dann kannst du ihn irgendwie für fünf sekunden also keinen schaden machen als schutz und du hast als einziger und du hast aber jemanden identifiziert und ich wusste mir dass du der blocker bist ja klar das war mir an dem punkt eh egal ich wollte nur noch in die rolle ach so na dann er hat gesagt es ist nicht lustig gewesen er fand es nicht lustig was ein arschloch ja eben ja genau ja genau ja 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 hallo ne 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 ricky ich muss dir direkt was zeigen oh ich bin gespannt ich bin gespannt also für diesen fucking raum hier ich hab die lampe weggeschossen aber was ist dieser raum bett ohne matratze dann eine kommode dieser komische widerliche hässliche stuhl daneben war noch die hässliche stehlampe nackte glühbirne an der decke das ist echt nicht gut irgendwie ein relativ volles bücherregal und eine heizung komischen ecke was ist das für ein raum weiß ich nicht da ist eine waffe für dich hallöchen warte ich hab was für dich komm mal her jo blätter zerschossen okay mach äh ja ihr seid hier im detective da muss ich mir ja keine Sorgen machen Arschloch ich hab ihn einfach nur tot umfallen sehen gerade ja war ich immer Sorgen warum war er da war Riki eh noch ne Riki wollte die gerade versorgen wahrscheinlich hab ich einen Defi oh und ich hab Firebolt die Rolle geklaut der war unschuldiger und der hat leider keine neue Rolle gefunden ne nur noch einfach den nächsten den du siehst Mave okay Mave und Zombie ja geh runter äh Zombie ist tot warum hast du den Detective getötet warte ich mach mal kurz was muss hier mal kurz aufräumen ein bisschen Alter ey was ist von Sound aber na scheiße was war ja komplett damit ja das war war echt gut war eine gute KMH war echt gut wie das 175 kam auch noch dafür ja wirklich das ist aber auch genau dann äh Mave und so ich guck so aus dem Fenster und Zombie ist echt scheiße Zombie du hast deine Fake gleich jetzt zum Trailer gemacht naja Farmer nein da war eine Farmer was ist überhaupt beim Rennen am Rundenende grad passiert ich hab nur ein KMH gehört und es war vorbei ja so ziemlich das ist passiert ja das ist nämlich das Ende von jedem Arc ich glaub Folie hast du die Farbe ne hast du dich nö ich hab ne Auge ich hab die Auge ja ich hab auch die Auge ja Auge komm her komm her los komm komm her Mave lass Spaß haben ja ich wollte hier grad rein ich wollte hier grad wegwerfen du da drinnen bist ich schieß es weg Vorsicht oh mein Gott ich hab's weggemacht ich hab's gestorben ich stand immer noch da ich stand immer noch da irgendwer schießt auf uns oder ich glaub schon ja ich bin wütend ich bin wütend auf böse Container komm her Timo ich bin auf jeden Fall kein Narr schieß bloß nicht auf mich wirklich schieß nicht auf mich hau mal meinen Fuß hau mal meinen Fuß ist du kein Narr ich hab'n Trainer getötet auf der ekligsten Art und Weise die ich je als Trainer getötet ich möchte mich offiziell dafür entschuldigen bei Timo du bist voller Blut erkläre dich also ich stand hier so ich hab gesagt ich bin kein Narr und dann hab ich gesagt ja dann haben wir auf den Fuß dann bin ich in der Schossen oh 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 irgendeiner Pflicht hoch haben wir ein Erdbeben? ne der kommt nach dem Feuerwerk bleib irgendwo unterstehen wer ist geflogen? ich war's nicht gar nicht so viel Fall auf oh noch einmal ich hab die abbekommen von Maeve Maeve war's Maeve ist es Leute Maeve halt die Klappe halt die Klappe das stimmt nicht mal das stimmt nicht mal Fully hat's von mir abbekommen was? echt? ja bevor du mich umgebracht hast oh shit es tut mir so leid Timo es tut mir so leid Junge Riki ich bin ein Vollidiot wenn ich Traitor bin sehe ich ja wer der nah ist du siehst doch wer der nah ist ja ja das ist das Schlimmste das ist das Schlimmste was man machen kann Timo naja okay gute Runde für den Riki endlich mal wieder eine Rare Riki Round oh ich bin ich bin nah aber du schießt nicht um mich Timo schießt nicht um mich ich hab dir das Gefängnis erspart Timo ne es war gerade eine Rare Riki Round hast du mitbekommen Maeve? ne ne ich doch super krass ja du musst einfach meinen einen Schlimmste rausgenommen aus dem Spielen war echt der vorne schon wieder Timo und jetzt guck mal es war ja okay es war Timo gut dann sind wir bald schon mal safe zweimal in Folge Riki zweimal in Folge es tut mir so leid Timo bitte diss mich nicht in deinem neuen Video so ein Diss Track der einfach rausgehauen wird weißt du Leute das klingt so als ob er in jedem Video das er so rauskriegt und so ein Diss einbaut ne weißt du weißt du was das Witzige wäre sein nächstes Video fängt so an mit es ist mal wieder Zeit für so ein Video oh nein die Zerstörung des Riki Mayer Maeve und ich haben wir haben schon ich hab den gar nicht gesehen da was oh mein Gott welchen Team spielst du das war der coole Runde ich hab niemanden gesehen ja hä hast du nicht gesehen was er gemacht hat er hat einfach hoch geschossen nein er hat Hockey umgebracht sein Mate was ich hab zu ich hab zu Riki und Maeve hochgeschossen war's Riki doch ja ich war das wir wussten nicht mal ja du bist vorbeigelaufen wir waren zu dritt hast gesagt oh da ist ja ein Maeve von uns na und ich hab gesagt da ist ein Maeve was glaubst du was passiert wenn in den nächsten 5 Sekunden Mogi das was du als nächstes gemacht hast hat doch nichts vor allem waren wir proven beide vor allem waren wir beide proven innocent wir wussten eh dass einer von euch sein musste ich hätte auf uns alle geschossen ja und dann bringen wir die halt oben was willst du uns umbringen er will uns umbringen Maeve hast du es gehört er will es umbringen komm mit ich koche bei uns komm mit komm mit wir gehen kochen Jungs nein bitte nicht gerade nicht mit mir ich glaube das Problem ist bei der Runde von vorhin was Johnny nicht ganz verstanden hat war dass ich auf euch beide da oben den Thomas schießen wollte das Hockey-Dumme in den Weg gesprungen ist wir haben das schon verstanden Johnny geht davon aus dass ich auf Hockey geschossen habe nein wir haben das schon verstanden und du hättest noch fast ein zweiter wischen und hättest noch die Runde gewonnen ja ja das war ganz sinnvoll aber Hockey ist im Weg gesprungen das war auch eine gute Runde das war auch nicht gut ne doch ich bin vor Schock fast noch reingelaufen was ist denn hier los oh wir haben einen Blocker zombie was geht ich bin ein Detektiv ja wir sind es nicht also ich zumindest nicht ich bin ja Hockey hat eine Turtle hingelegt und sich selber verraten ich dachte dass ich ihm gerade zusehe wie lustig ich gehe mal hier rüber ich gucke was da drüben so abgeht bitteschön ich habe gekocht ich habe gekocht für euch Jungs ich habe gehört wir kriegen jetzt spielen wenn wir Leute boxen ist was runtergefallen bei wem ist gerade ein Teller umgekippt wie kippt ein Teller um ja an dem du ihn umschmeißt wie du bist seitdem gemutet hat es damit was auf sich nein ich rede doch die ganze Zeit ok nee was meinst du wer ist es seit dem Tellervorfall hast du nichts mehr gesagt ich bin einfach der Tote ein bisschen oder so nee 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 er ist aber verreckt ist so fucky war es da würde ich jetzt nicht mehr reingehen seit dem Tellervorfall bin ich einfach nicht mehr derselbe oh das mit Hockey ist immer noch ich glaube wir können nicht mehr so viel trauen eigentlich für den Punkt ja ist der Detektiv wieder hier oben so wo ist hier Blut hm hat Mogi jemanden umgebracht hier Mogi hat hier jemanden umgebracht eindeutiges Blut und er kommt hierher und er kommt hierher und unheilige Sachen ist da woher das Mogi töten ist da? was bist du denn für ein Gamer? richtig viel Glück ist so hoch gute Arbeit Johnny au wer schießt denn auf mich? sehr schön ist Mogi tot? ja ja war Traitor hä wie hast du mich ge... oh ich war so oh mein fucking Gott was? ja du kamst her wo du jemanden umgebracht hast wir haben die Blutflecken an dem Haus gesehen und dass da unten jemand tot ist Mogi da Mogi da da schenke ich dir den Highground und du machst nichts doch nicht so ein perfekter Mord sicher nicht dass hier auf einmal auf mich schießt dann hatte ich den Dead Ringer aber gestern bin ich trotzdem Dead Ringer direkt an mich ich hatte keine Konusrunde nein erstmal letzte Runde gute Arbeit Maeve der Dead Ringer hat dich ein bisschen verraten weil dein Mikrofon Ding war noch an das Symbol was für ein Mikrofon Ding ah das wenn du redest achso neben dem oh niemand hat es gejuckt es hat niemand gejuckt es ist der Wahnsinn ja ja aber Timo Newton Schieß mal auf ich verschieße auf das Fass halten was machst du da pass auf ich will den Fußball schießen nice gar nicht ne Farmers die Legendäre die ist nicht gut hier rein komm her Timo ich wurde gerade küssen oh macht einen Fehler ja aber ich wollte es jetzt nicht mit der Waffe machen ach shit nicht rein danken du musst schon so von der Seite so hoch achso ja mein Ball ist jetzt einfach nur noch schwarz warum ist der schwarz was ist passiert habe ich so dreckige Füße ne du hast das Gefühl achso das habe ich gemacht achso ja stimmt ich habe die Farbe von dem Prop gewechselt das geht auch mit allem anderen ja genau scheinbar kann ich noch mehr oh so ein Exzlusionsfass einfach oh mein Gott du kannst du ein Exzlusionsfass oh mein Gott du kannst du ein Exzlusionsfass guck mal Maeve was ich kann dich als Munitionskiste das ist sogar fair das probiere ich jetzt nicht die sieht jetzt aus als wäre so ein Special Item gedroppt irgendjemand hat auf mich geschossen oh der Ball ist zurück nein Special Immunition oder ne nicht diese Runde aber diese Aufnahme herausgefunden dass man hier durch kann oh ja genau so hallo 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 alle kommen äh Maeve Entschuldigung ja ich hatte den Charmin ich war die 84er soll es übrigens ja ich glaube da sind wir kein Charmin da war der Traitor ist er gerade weg? das wäre der Stuhl gerade wie ist der Ball her runtergekommen? da wäre es gerade nicht ach scheiße was ist das für ein Geil yo hier wird wow oder ist das ein irgend so ein Programm ha 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 sieht aus wie absolute Kurve ha 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 was ist das gerade passiert? was ist das gerade passiert? ein Gehirn oh hier ist der Fußball so gib mir mal ein cooles Prop au 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 was? wie ist das passiert? Bruna der Stuhl ist komplett am Arsch der bugt alles kaputt ich hab auch will ihn aufheben aber gleichzeitig habe ich anwarte warum hat sie nur geredet? was ist mit dem Stuhl? wait was? erfolgreich Erfolgreich abgelenkt. Hat uns ja eben der Trigger getriggert, weil der Stuhl gegen ihn geflogen ist? Ja. Ich wollte Timo eigentlich zu einem Traitor machen, die ruiniert mir die Scheiße, Mann. Er war schon Traitor. Ey, Sean meine ich. Bonusrunde. Ja, die sind beide komplett unterschiedlich. Man hört mich in game irgendwie nicht. Aber meist verwechsele ich alle mit Ricky. Wieso? Ich so ein hübscher Mann? Keine Ahnung. Also das Ding ist, ich höre dich halt nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Verarsch dich und ich höre dich nicht. Ach, du bist so ein Arschloch, wirklich. Wieso bist du das? Also jetzt mal so unter uns Chorknaben hier. Sean is es, oder? Ich glaube auch, dass Sean is es. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Der Garten ist gesperrt. Ich lass mir doch von ihm nichts sagen. Ich bin Garten. Wovon rede ich? Was? Na ja, war besser. Hallo. 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 Ich habe Achtung gesagt. Warum lebst du? Weiß ich nicht. Wie? Ich habe einfach die Tür geöffnet. Ja, aber da war ein Dorbaster dran. Habe ich gemerkt. Deswegen ist die Tür ja abgeflogen. Okay. Ja, war wohl Schicksal. Kann ich die Tür mitnehmen? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hallöchen. Hallöchen. Äh. Was wird das denn? Ich schwebe auf der Tür. Das wirkt sehr innocent. Du musst die greifen. Du musst die so greifen. Bei dem Rechtsklick und dann hui. Hey Jungs. FIREBRO! 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 Kann aber nicht treffen! FIREBRO! Vorsicht! Arschloch. Hast du Riki gesehen? Herr Tarnow? Oh Mann. Warum hat der auf Riki geschossen? Hä? Keine Ahnung. Aber ich fand es super, dass die Hälfte der Schüsse in die Tür geschossen wurden. Ja. Ich tat auch was, hab ich geschossen. Er ist gemutet. Er hat uns. Er ist nicht komplett gemutet. Wait, was? Sagt auch noch so. Oh, du machst innocent Sachen. Er ist outmuted. Er ist outmuted. Nö. Hat dir auch getan, oder? Du bist komplett sauber mit dem Discord. War das die Bonusrunde? Das war die Bonusrunde. Wir sind bei 45 Minuten. Ja. Nein, das ist 45. Das ist ja die ganze Schulstunde. Ja, Alter. Bist du nächstes Mal. Die Hälfte ist auch dabei. Die Hälfte ist auch dabei. Aber was ist mit dem akademischen Viertel? Das ist akademische Viertel. Das ist akademische Viertel. Das ist akademische Viertel. Ich treff nicht. Bis dann. Ciao. Ciao. Nein. Mein Traitor-Kollegen auf mich. Warum läufst du links und rechts? Hör auf. Warum läufst du links und rechts? Mach doch selber auf. Pistole. Pistole. Du kannst besser ziehen, wenn du stehen bleibst. Gewonnen. Tschüss Leute. Bye. Wir haben eine gute Runde. Ah, ich hatte die Bonus-Bonus-Runde. Stark. Auf. Auf.